Die größte Goldmünze Europas kommt in Ihre Volksbank Main-Spitze. Am 1. März starten wir die Zusammenarbeit mit einem der größten Edelmetallhändler im deutschsprachigen Raum, der Firma Pro Aurum. In diesem Zusammenhang stellen wir hier in der Hauptgeschäftsstelle Gustavsburg den Big Phil aus, die größte Goldmünze Europas. Die Goldmünze ist etwas über 31 Kilogramm schwer, hat einen Durchmesser von 37 Zentimeter, ist 2 Zentimeter dick und hat einen Nominalwert von 100.000 Euro. Nach heutigem Goldpreis gemessen ist sie etwa 1,3 Millionen Euro wert. Weltweit existieren nur 15 Stück dieser Goldmünze und Sie haben an diesem Tag die Möglichkeit, neben Fachvorträgen zum Thema Gold, Goldanlage, den Big Phil natürlich zu besichtigen und sich mit ihm fotografieren zu lassen. Gold und Silber faszinieren seit Menschengedenken und stehen für Sicherheit und Unabhängigkeit. Gold und Silber werden weltweit als Zahnungsmittel akzeptiert. Ich lade Sie ganz herzlich ein, am 15. März hier in der Volksbank Main-Spitze den Big Phil und viele wertvolle Informationen live zu erleben.